Wie lange kann ich Dead Hang? Moin Leute, ich habe mich heute spontan nach meinem Training dazu entschieden, meinen maximalen Dead Hang zu testen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wie lange ich es geschafft habe. Während ich hier so rumhänge, drei Kurzfakten zum Dead Hang. Zum einen trainiert ihr für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass ihr irgendwann an einer Clip hängen bleibt und lange durchhalten müsst. Und zum anderen stärkt ihr eure Griffkraft und dekomprimiert eure Bandscheiben. Somit hängt ihr nicht nur dumm in der Gegend rum, sondern tut nur etwas für euren Körper. Aber ich bin mittlerweile mit meiner Griffkraft am Ende und mache noch abschließend Pull-Up und lasse dann auch endlich los. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und folgt für mehr.